Sie haben zuerst den Behälter zugestellt. Letzterer Sorte auf die Räder, also die Diener für die Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters abhalten. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ein Gegner verbleibt. Fünfzehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Anstrengend schon mal, ey. Ja, schon.